Die Regular Season 2018 19 ist im vollen Gange. Wie schon in den letzten Jahren wird Spox an jedem Sonntag zur besten Sendezeit ein Spiel im Livestream vor Free zeigen, hier kommt die komplette Übersicht für dieses Kalenderjahr. Ein noch wesentlich größeres Basketballprogramm kann man bei DAZN in HD-Qualität erleben. Hier geht's zum Gratis-Probemonat. Die NBA-Saison 2018 19 hat am 17. Oktober begonnen und liefert schon jetzt jede Menge Spektakel, nicht zuletzt dank der Wechsel von Liebren James zu den Los Angeles Lakers und von Dennis Schröder zu den Oklahoma City Thunder. Auch die Dallas Mavericks sind nach der Ankunft von Luka Doncic wiederum einiges stärker im Fokus. Natürlich sind die Golden State Warriors indesweiter das Maß aller Dinge. Wie schon in den letzten Jahren wird Spox dabei weiterhin einen kostenlosen NBA-Livestream pro Woche zeigen, am Sonntag zur besten Sendezeit. Dazu gibt es bei DAZN ein massives Programm in der Regular Season und in den Playoffs. Allein während der Regular Season zeigt der Streaming-Dienst 189 Spiele. Auch die Playoffs sind bei DAZN selbstverständlich wieder im Programm, unter anderem mit den kompletten Conference Finals und Finals. Und das auf jeder Plattform, egal ob Smart TV, PC, Smartphone, Tablet oder auf der Konsole, Livestream NBA, Spiele auf der ZN und Spox. Januar Datum Uhr Zeitspiel Kommentatoren Übertragung 10 Januar 2 Uhr Rockerts, Bucks, Benny, Zander, Dimmen, Green, Dessen 11 Januar 3.30 Uhr Spurs, Thunder, Floh, Perch, Sepp, Dumitru, Dessen 12 Januar 4 Uhr Jazz, Lakers, Freddy, Hader, Drehvog, Dessen 12 Januar 23 Uhr Heat, Gretz, Lies, Lukas, Schönmüller, Drehvog, Dessen 13 Januar 19 Uhr Wizards, Raptors, Alex, Schlüter, Drehvog, Dessen 13 Januar 21.30 Uhr Hox, Bucks, Lukas, Schönmüller, Alexander Vogelsparks, DERZN 15 Januar 2.30 Uhr Spurs, Hornets, DERZN 16 Januar 3 Uhr Nuggets, Boreas, DERZN 17 Januar 2 Uhr Celtics, Raptors, DERZN 17 Januar 21 Uhr Wizards, Knicks, Box, DERZN 18 Januar 3.30 Uhr Thunder, Lakers, DERZN 19. Januar 2 Uhr Timberwolves, Spurs, DERZN 19. Januar 21.30 Uhr Sixers, Thunder, DERZN 21. Januar 0 Uhr Pacers, Hornets, Box, DERZN 21. Januar 18.30 Uhr Knicks, Thunder, DERZN 21. Januar 23.30 Uhr Grizzlies, Pelicans, DERZN 22. Januar 4.30 Uhr Kass, Warriors, DERZN 23. Januar 2 Uhr Thunder, Blazers, DERZN 24. Januar 2 Uhr Sixers, Spurs, DERZN 25. Januar 2 Uhr Wizards, Warriors, DERZN 26. Januar 2 Uhr Rockets, Raptors, DERZN 27 Januar 0 Uhr Pelicans, Spurs, DERZN 27 Januar 21.30 Uhr Bulls, Caps, Box, DERZN 28. Januar 0 Uhr Thunder, Bucks, DERZN 29. Januar 1 Uhr Pacers, Warriors, DERZN 30. Januar 4.30 Uhr Lakers, Sixers, DERZN 31. Januar 2 Uhr Wizards, Pacers, DERZN Februar Datum Uhr Zeitspielübertragung Eine Februar 2 Uhr Reptors, Bucks, DERZN 2 Februar 1.30 Uhr Knicks, Celtics, DERZN 2. Februar 23 Uhr Pistens, Clippers, DERZN 3. Februar 20 Uhr, Celtics, Thunder, Box, DERZN 5. Februar 3 Uhr, Soons, Rockets, DERZN 6. Februar 1 Uhr Pacers, Lakers, DERZN 7. Februar 2 Uhr, Bucks, Wizards, DERZN 8. Februar 2 Uhr, Celtics, Lakers, DERZN 9. Februar 1 Uhr, Sixers, Muggets, DERZN 9. Februar 23 Uhr, Just Spurs, DERZN 10. Februar 2.30 Uhr, Rockets, Thunder, DERZN 10. Februar 21.30 Uhr, Sixers, Lakers, Box, DERZN 12. Februar 2 Uhr, Thunder, Blazers, DERZN 13. Februar 2 Uhr, Sixers, Celtics, DERZN 14. Februar 1 Uhr, Pacers, Bucks, DERZN 15. Februar 2 Uhr, Pelicans, Thunder, DERZN 22. Februar 4.30 Uhr, Lakers, Rockets, DERZN 23. Februar 1 Uhr, Reptas, Spurs, Besson 23. Februar 19 Uhr, Sixers, Blazers, DERZN 24. Februar 2.30 Uhr, Warriors, Rockets, DERZN 24. Februar 21.30 Uhr, Reptas, Magix, Box, DERZN 26. Februar 2 Uhr, Pelicans, Sixers, DERZN 27. Februar 2 Uhr, Reptas, Celtics, DERZN 28. Februar 1.30 Uhr, Heat, Warriors, DERZN, Was ist DERZN? DERZN ist eine Multisport-Streaming-Plattform. Neben den großen US-Ligen NFL, NBA, MLB und NHL sind auf DERZN auch zahlreiche internationale Fußballspiele, unter anderem aus der Champions League, der Premier League, der Primärer Division, der Serie A oder auch der WM-Qualifikation zu sehen. Auch die Highlights der Bundesliga-Spiele gibt es nur wenige Minuten nach dem Abpfiff abrufbar. Nach einem Probe-Monat kostet der Streaming-Dienst 9,99 Euro im Monat. goaler Dude That H Untertitelung des ZDF, 2020